es ist dienstag der 19.9 und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge von all in nft in der heutigen folge gibt es news zur kooperation der deutschen bank und taurus sowie dem start des layer 2 netzwerkes von beinance ihr erfahrt von der klimafreundlichkeit des bitcoins der expansion von ripple sowie eine analyse zum stand der mining industrie und nehmen unseren täglichen blick auf den crypto chart und den florpreisen auf opensea schauen wir auf den diebstahl bei star investor mark cuban und dem cloaks drop der nakamigos nft kollektion also viel spaß mit der heutigen folge von all in nft starten wir in den dienstag und damit in eine nachricht die uns wieder einmal zeigt dass die blockchain technologie gekommen ist um zu bleiben die deutsche bank hat nämlich eine neue strategische partnerschaft mit der schweizer krypto infrastruktur firma taurus geschlossen um weiter das ziel zu verfolgen weltweite dienstleistungen für die tokenisierung und die verwahrung digitaler vermögenswerte anbieten zu können nicht nur diese nachricht zeigt uns dass es auch im inländischen beziehungsweise natürlich auch im dachraum weiter mit diesen innovationen vorangeht sondern allen voran paul melley der die position des global head of security service bei der deutschen bank innehat der scheint nämlich auch davon überzeugt zu sein dass digitale assets in naher zukunft eine entscheidende rolle auf dem markt spielen werden dazu betonte er angesichts der tatsache dass der bereich digitaler vermögenswerte voraussichtlich milliarden von us-dollar an vermögenswerten umfassen wird muss er als eine priorität sowohl für investoren als auch für unternehmen betrachtet werden um das zu verdeutlichen erinnere ich uns nochmal daran dass eine tokenisierung den prozess beschreibt bei dem reale oder digitale objekte in der blockchain repräsentiert werden und die nutzer einer blockchain können diese tokenisierten objekte also die letztendlichen crypto token dann nach ihren bedürfnissen wie üblich handeln oder natürlich auch übertragen heißt also dass diese innovative technologie viele möglichkeiten eröffnet und das nicht nur im finanzsektor sondern auch in anderen bereichen denn zu den vorteilen einer tokenisierung gehören zum beispiel kostenersparnisse oder die optimierung von prozessen die mit diesen token in verbindung stehen in bezug auf den letztendlichen prozess setzt die deutsche bank in diesem fall also auf die krypto infrastruktur von taurus was keinesfalls verwunderlich ist denn taurus verfügt nicht nur über die mittel welche zur verwaltung von tokenisierten vermögenswerten und kryptowährungen beitragen sondern interessant ist an dieser stelle auch dass sich die deutsche bank bereits im februar diesen jahres an einer series b finanzierungsrunde von taurus beteiligt hatte und dabei rund 65 millionen us-dollar in die weiterentwicklung des krypto unternehmens investiert haben soll im gegenzug kann sich taurus also nicht nur über die finanzielle mittel freuen sondern wenn ihr mich fragt kann taurus auch gleichzeitig vom umfangreichen kundenstamm der deutschen bank profitieren wir sehen und hören also zum einen eine partnerschaft die bereits schon zu beginn des jahres so langsam fahrt aufgenommen hat und eine kooperation die es der deutschen bank ermöglicht in die verwahrung digitaler vermögenswerte dann halt in form von token einzusteigen was scheinbar auch für das krypto unternehmen taurus eine win win situation darstellt abschließend noch mein take dazu dass ich denke dass der finanz und in diesem bereich natürlich auch der bankensektor und kurz bis mittelfristig noch so die ein oder andere spannende news liefern wird und bleiben wir bitte auch dabei optimistisch und hoffen dass es auch durchaus positive informationen sind wie jetzt hier zum beispiel bei der deutschen bank und keine news wie naja sagen wir mal von zugrunde gehenden börsen oder sogenannten schattenbanken auf die ich jetzt nicht mehr eingehen will aber ich denke ihr wisst was ich meine damit sind wir auch mit der ersten news für heute durch wechseln jetzt zu coin market cap und mit chris werfen wir heute ein blick auf die aktuellen kurse der krypto währungen ein blick auf den krypto chart bei coin market cap zeigt auf platz eins der bitcoin bei 25.075 euro das macht ein plus innerhalb der letzten sieben tage von 5,06 prozent auf platz zwei ethereum bei 1533 euro auch hier ein plus innerhalb der letzten sieben tage von 3,62 prozent auf platz drei tesa usdt 0,93 euro das macht ein minus von 0,71 prozent innerhalb der letzten 24 stunden auf platz vier bnb bei 202 euro macht ein plus von 3,28 prozent innerhalb der letzten sieben tage und auf platz fünf ripple bei 0,46 euro dann auf platz sechs der usd coin bei 0,93 euro auf platz sieben cardano 0,23 euro auf platz acht dogecoin bei 0,05 euro und auf platz neun der toncoin 2 euro 23 hatten plus gemacht innerhalb der letzten sieben tage von 44 prozent aktuell bei 2,44 prozent innerhalb der letzten 24 stunden und auf platz zehn solana bei 18 euro 41 auch ein plus von 3,53 prozent innerhalb der letzten 24 stunden dann der light coin auf platz 15 61 euro 80 auch hier ein plus von 2,94 prozent innerhalb der letzten 24 stunden stelle auf 21 0,11 euro li do dao auf platz 32 1 euro 45 1,76 prozent innerhalb der letzten 24 stunden im plus dann near protocol 1 euro und 3 cent aktuell 1 euro und 3 cent auf platz 42 und dann auf platz 48 der stacks token 0,45 euro macht ein plus von 5,2 prozent innerhalb der letzten 24 stunden und auf platz 50 tor chain 1 euro 80 hier ein plus von 29,7 prozent innerhalb der letzten sieben tage das war der blick auf coin market cap wechseln wir nun die kategorie und kommen zu unseren heiß geliebten web 3 kurz news das op bnb mainnet von binance ist nun live dies geht aus einem blogbeitrag der bnb chain hervor diese neue hauseigene blockchain von binance wurde auf der optimism technologie aufgebaut bereits im juni hatte das unternehmen von changpeng chow ein layer 2 netzwerk für entwickler eingeführt und nun steht es der öffentlichkeit zur verfügung nutzer können ab sofort kryptowährungen über die hauseigene brücke bridge zum netzwerk senden und dort mit einer vielzahl von dezentralen anwendungen den sogenannten dabs interagieren mit op bnb folgt beinance dem beispiel von coinbase dass bereits im august sein eigenes layer 2 netzwerk namens base gestartet hat laut jamie kurz einem analysten bei bloomberg wird bitcoin mining weltweit mittlerweile zu über 50 prozent mit erneuerbaren energien betrieben dies widerspricht dem gängigen vorurteil dass bitcoin ein klimakiller sei er argumentiert dass ältere modelle wie beispielsweise von cambridge fehler enthielten die nun korrigiert wurden ein weiterer faktor für diese ökologische wende sei das mining verbot in china wo besonders umweltschädliches schürfen stattfand ripple stellt 80 prozent seiner neuen mitarbeiter außerhalb der usa ein so cio brad garlinghaus gegenüber bloomberg er betonte dass in anderen ländern die regierung klarere regeln und zusammenarbeit mit der kryptobranche bieten was das wachstum fördert beispiele sind singapur hongkong großbritannien und dubai die mittlerweile als crypto hubs gelten in den usa ist rippel seit jahren in einem rechtsstreit mit der sec verwickelt obwohl das unternehmen dieses jahr einen teilsieg vor gericht erzielte hat die sec berufung eingelegt jp morgen kommt in einem bericht zu dem schluss dass sowohl der btc kurs als auch die transaktionsgebühren erheblich steigen müssen um den halbierten block reward nach dem nächsten halving im april 2024 auszugleichen dies stellt eine zusätzliche herausforderung für die einnahmen der miner da die analysten argumentieren dass es unwahrscheinlich ist dass die hash rate von bitcoin nach dem halving weiterhin mit dem gleichen tempo steigen wird dies könnte langfristige auswirkung auf die rentabilität des meinings haben und meiner dazu zwingen nach alternativen einnahmequellen zu suchen mark cuban der besitzer der dallas mavericks und juror bei der tv show shark tank ist opfer eines hacker angriffes geworden der schaden beträgt 870.000 us-dollar und betrifft zehn verschiedene kryptowährungen cuban vermutet dass eine manipulierte version von metamask die sicherheitslücke verursacht hat erklärte gegenüber den medien ich bin mir ziemlich sicher dass ich eine version von metamask heruntergeladen habe die irgendeinen scheiß enthielt glücklicherweise gelang es cuban rechtzeitig 2,5 millionen usdc auf polygon aus seiner wallet auf eine coinbase zu transferieren insgesamt dürfte der verlust für den milliardär verkraftbar sein da sein geschätztes privatvermögen etwa 5,2 milliarden us-dollar beträgt das waren unsere web 3 kurznews wechseln wir nun die kategorie und kommt zu unserer nft news in der aktuellen marktphase in der alles am sinken zu sein scheint hat nakamigos die neueste phase seines projektes enthüllt die sowohl neugier als auch skeptisch hervorruft ein grund mehr hinzuschauen und herauszufinden ob das wohl ein kluger schachzug sein wird stell dir vor du bist in einer welt voller pixeliger charaktere manche menschen ähnlich andere in form von archaischen kreaturen wie panther wölfe und komodo drachen ja nakamigos bringt 20.000 brandneue nakamigos cloaks nfts auf den markt und diese beherbergen nicht nur mystische attribute wie stärke beweglichkeit und magie sondern gehören auch einem von sieben clans an wasser himmel erde stahl kristall feuer und dunkelheit und es geht auch schon ziemlich schnell voran am 21 september startet der große drop bei dem bereits bestehende holder einen vorteil genießen können um 12 uhr mittags beginnt eine dreistündige kostenlose min phase für diese holder bevor um 16 uhr dann die tore für alle geöffnet werden mit einem min preis von 0,05 is also etwa 80 dollar um sich für den kostenlosen min zu qualifizieren musst du während eines snapshots also eine art foto des contracts am 19 september um 23 uhr 59 eastern standard time also darauf achten einen original nakamigos nft in deiner wallet halten doch wie bei jeder großen ankündigung gibt es auch hier kritische stimmen die nakamigos community hat auf diesen zug mit einer gewissen skepsis reagiert wobei einige die befürchtung äußern dass die einführung von weiteren 20.000 pixeligen charakteren zu einem massiven einbruch führen könnte ähnlich dem jüngsten fiasko mit azuki und dann wurde es auch noch ein wenig komplizierter denn ursprünglich hatte nakamigos einen min preis von 0,05 is für alle festgelegt einschließlich der bereits bestehenden holder aber wie es scheint haben sie diesen fehler schnell erkannt und die gebühr für den früh zugang auf null gesetzt trotz dieser kurskorrektur sind viele sammler weiterhin skeptisch und betrachten diese aktion möglicherweise als ein versuch das transaktionsvolumen und damit die lizenzgebühren zu erhöhen nach der ankündigung erlebte die ursprüngliche nakamigos nft kollektion einen drastischen rückgang des floor prices von etwa 0,38 is auf 0,2 is bevor sie sich dann bei ungefähr 0,28 is für das am niedrigste bepreiste nft einpendelte das wirft natürlich fragen auf ist dieser schritt eine kluge entscheidung oder ein spiel mit dem feuer es bleibt abzuwarten wie die entwicklung die zukunft der nakamigos und ihres nft universums prägen wird eines ist jedoch sicher in der schnelllebigen welt der nfts ist nichts in stein gemeißelt und nur die zeit wird zeigen ob diese mutige initiative früchte tragen wird oder ob die skeptischen stimmen recht behalten werden damit hast du jetzt alle wesentlichen fakten in der hand im discord spricht die community bereits fleißig über den kommenden drop und versucht auszuloten in welche richtung es gehen kann wenn du lust hast kannst du dich gerne daran beteiligen uns interessiert vor allem auch deine meinung zum neuesten drop wird die genesis kollektion dadurch verwässert oder wird es vielleicht sogar einen frischen wind in die kollektion bringen das war unsere nft news wechseln wir nun auf opensea und schauen uns die top 100 der nfts an ein blick auf opensea zeigt auf platz 1 mutant ape yacht club aktuell 4,95 is im floor auf platz 2 board-ape yacht club 25,06 is im floor und auf platz 3 sugaton auras 0,36 is auf platz 4 bigords 3,67 is im floor auf platz 5 crypto punks auf platz 6 me lady maker auf platz 7 the captains auf 8 moon birds bei 1,31 is auf platz 9 wrapped crypto punks und auf platz 10 clone eggs bei 1,36 is im floor dann auf platz 14 die nakamigos 0,29 is im floor ihr merkt es ist ein bisschen gestiegen bleibt abzuwarten wie es dann nach dem drop aussieht auf platz 15 open pen edition 0,41 is auf platz 27 little pachys bei 0,31 is die me bits auf 34 bei 1,06 is juts auf 39 0,86 is dann auf platz 54 10 ktf kagami bei 1,5 is und auf 64 ranger bei 0,2 is obligatorisch auf platz 77 parallel avatars 0,25 is auf platz 80 the sandbox bei 0,29 is die chimpers auf 82 mit 0,3 is im floor und ganz hinten auf platz 98 feverishis x febru world paint bei 0,25 is auf 99 artifact clone x mindvile bei 3,75 is und auf 100 checks vivi elements bei 0,98 is das war's dann auch schon mit unserer dienstags folge dieser woche morgen ist für uns ein großer reisetag es geht für die ganze crew nach hamburg folge uns gerne auf unseren socials bei instagram werden wir viele eindrücke teilen mit videos und fotos und auf x jemals twitter findest du dann die harten fakten also bleibt mir nichts mehr zu sagen als wir freuen auch wenn du morgen wieder einschaltest und es heißt all in nft ein abschließender hinweis die im podcast besprochenen themen stellen keine spezifischen kauf- oder anlageempfehlungen dar der moderator haftet nicht für etwaige verluste die aufgrund der umsetzung der gedanken oder ideen entstehen